Wir wollen was durchgeben und zwar müssen wir... Achtung, Achtung! Wie sagt man das jetzt? Ja doch, wir müssen ja, wir haben ja verloren. Also wir haben verloren bei Joko und Klaas gegen ProSieben, gegen ProSieben und dann können ihr mit uns machen, was wir wollen. Und jetzt moderieren wir das Wissens- und Wissenschaftsmagazin Galileo. Ja, und wenn wir sagen, wir moderieren das, dann ist das übertrieben. Wir moderieren das dreimal. Ja, heute und dann noch drei Tage. Und dann noch drei Tage. Das finde ich auch ein bisschen unverhältnismäßig. Aber es ist ja, mein Gott, es spielt uns in die Karten. Es geht um viele intelligente Sachen, die wir da sagen können. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das auch so wird. Intelligent. Das ist doch so, ne? Man sagt, Galileo ist das intelligente Magazin auf ProSieben. Genau, das ist ausschließlich für Akademiker. Und das ist heute Abend um 19.05 Uhr. Stimmt, das ist noch richtig. Wenn Sie was anderes vorhaben, ist auch kein Problem. Ja, schaut doch rein. Wir ziehen uns was Freches an. Ciao.